Ah ne, war die Puppe um den Kopf. Wo war die Puppe denn um den Kopf? Ich erinnere mich leider gerade gar nicht mehr. Ich weiß nur, es gab einer. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß immer noch nicht, was mich mit den komischen Buchstaben machen soll. Hier vielleicht, nein. Da. Nein. Ich habe auch keinen Schlüssel. Das wollte ich gar nicht, keinen Schlüssel. Mit einem Bolzen. Wo war die denn? Hier? Ja, Moment, die Buchstaben. Moment. Ah, Scott Schettler und das macht gar keinen Sinn. Mit dem, äh, egal. Schmetterlingsring. Ah, jetzt kriege ich die, ähm, Münze, hoffe ich doch. Was überhaupt keinen Sinn macht. Da. Ach, ich habe die Münze. Dann gehe ich mir hier noch was kaufen. Denke ich doch. Wie schön, dass der irgendwie nur drei Sachen verkauft. Was auch immer das da unten sein soll. Pestizid. Ach. Was, schon wieder? Hatte ich nicht erst ein Pestizid? Pestizid. Ah, das war ein Unkrautvernichter. Pestizid ist, glaube ich, für Insekten. Okay, da ist der. Die Schmiedepuppe könnte diesen Armbus der Reparatur von etwas verwenden, aber ich habe nichts zu mal klarieren. Nee. Handschellen-Schlüssel. Das heißt, ich kann jetzt endlich... Ich sollte hier etwas Schweres aufhängen und den Blaspreis überlegen. Ich komme jetzt endlich... ...in diesen Scheiß... ...in diese Scheißzelle. Die ich auch so hätte gehen können, weil ich eine Brechstange dabei habe. Ach nein, kein Schiebretz. Oh nein, bitte kein Schiebretz. Oh, scheiße, Schiebretz. Oh nein. Oh, bitte nicht. Oh. Ich kann doch soweit gar nicht mitdenken. Oh nein. Oh. Oh, die kann doch sowas nicht. Ach man. Oh, ich hasse Schieberätsel. Das war total unnütz gerade. Oh. Oh, Gott sei Dank. Gut, dass sich die Sachen festgestellt haben. Äh, eine Pistole, okay. Eine Revolver, Entschuldigung. Eine Revolver, da könnte es sich später als nützlich erweisen, wenn ich noch ein paar Patronen finde. Ja, dann nimm ihn mit. Och, sag mir nicht, du nimmst den nicht mit. Oh, ernsthaft. Oh, was ist das für eine scheiß Spielmechanik? Geht's ehrlich? Ist doch scheißegal, ob ich eine Patronen oder keine habe. Nimm den Scheiß einfach mit. Ja, sorry, das regt mich echt auf, sowas. Eichhörnchen, Schachfigur, Eierschale, Federspinne, Meißel, Rupanglas, Zahnrad, Schlüssel, Kuchen, Laterne, Papagei. Ne, jetzt wirklich, das ist doch ein Scheiß. Wenn es nicht dem Müll ausgedacht. Ich gehe doch nicht hin und... Ah, eine Pistole, die könnte mir ein Lassdich sein. Wenn ich noch ein paar Patronen finde, so lange lasse ich sie hier einfach liegen. Ah. Ich weiß ja, dass Spiele nicht immer logisch sind, ja. Und es oft sehr weit entfernt ist von der Realität. Aber das ist wirklich Bullshit. Die Serie wird von Mal zu Mal beschissener. Wenn ich mich jetzt die ganze Zeit aufrege, konzentriere ich mich nicht genug. Mein Gott. Was brauchen wir noch? Eichhörnchen, Schachfigur, Eierschale. Eierschale, Schachfigur, Eierschale, Schachfigur, Eierschale, Spinner. Mein Gott. Meisel. Meisel? Nein. Da ist der Schlüssel. Da ist die Spüge. Nein. Opernglasen, Kuchen. Ah, das schaffe ich nicht. Kuchen, Kuchen. Kuchen, das bin ich doch lieber bewegen. Ah! Törtchen. Jetzt brauche ich nur noch das Eichhörnchen. Nein, stimmt nicht. Ich brauche noch den Meißel. Den hätte ich ganz ignoriert. Ja, ich bin immer noch sauer. Weil es einfach scheiße ist. Ich möchte noch eine andere Point. Ach, da ist er. Noch eine andere Point. Das sah aber mehr aus. Ach nein, das Opernglas will auch sah aber für mich jetzt mehr aus wie eine Pfeile. Ich möchte noch eine andere Point in den Click. Adventure. Serie anfangen, von der ich hoffe, dass sie besser ist. Ich möchte auch noch ein paar Serien anfangen, von denen ich hoffe, dass sie besser sind. Opernglas, wo ist denn das? Ach so, hä? Der Bär hat es aufgehakt. Das sah für mich aus wie eine normale Brille. Okay, so im Namen sieht es schon aus wie ein Meißel. Ich habe nichts gesagt. Was soll ich denn jetzt mit dem Meißel? Kann ich da vielleicht das Fass kaputt machen, wo das Wasser drin ist? Also dieses, ähm, das da. Nein, vermutlich nicht, weil ich dafür noch einen Hammer brauche. Ah, natürlich geht das nicht. Pestizid, habe ich irgendein Pestizid gebraucht? Eigentlich nicht. Da fehlt uns noch ein Teil fürs Puzzle, ne? Ja. Da fehlt uns auch noch was. Was kann ich denn jetzt machen? Ich habe nichts Kaputtes. Da fällt leider gerade echt nicht ein. Ich meine, es hätte eine Puppe gegeben ohne Kopf. Da kann ich nicht mehr gucken. Du bist vollständig, wenn auch sehr gruselig. Da war keiner. Also es ist eine Show. Ich denke, eines Tages werden sich hier viele Menschen versammeln. Unter vielleicht auch nicht. Das ist egal. Mir fehlen auch immer noch zwei von den Figuren. Ich habe den Eindruck, ich bin nicht wirklich sehr weit. Ich bin nicht gekommen bisher. Es ist immer noch Bullshit. Oder darf ich die wenigstens reinladen? Ach, ernsthaft. Deswegen war mein Aufregen nicht umsonst. Hättest du auch einfach so aufnehmen können, ohne dass ich da nur eine Patrone reinstecken muss. Kann ich vielleicht jetzt auf das Fass schießen? Ich meine, nicht, dass er das machen würde, aber natürlich macht das. War das wirklich Wasser, was da rausgekommen ist? Das hat geglüht. Okay. Also, dass er sich so komisch bewegt, liegt nicht an mir. Ich habe 120 FPS. Die Hundepuppe bewacht diesen Bereich und lässt mich nicht passieren. Ob ich sie wohl irgendwie ablenken kann? Ja, es ist gut jetzt. Puppenrad. Okay. Okay, ich dachte, ich könnte da... Was habe ich denn noch? Magst du eine Brechstange? Ich glaube, dass es sich lohnt, wie denn eine Puppenwerkstange zu haben. Gib mir Hinweis. Ist schon okay. Spiel das Spiel doch selbst. Weil, ihr müsst euch ja mal überlegen, hätte ich die Patrone nicht jetzt schon gehabt durch den einarmigen Banditen? Hätte ich ja erst... Da haben wir schon wieder so Ausschläge. Hätte ich ja wirklich erst diese Patrone holen müssen, um dann den Revolver zu kriegen. Das ist Bullshit. Nein. Bolzen. Nein. Nein, du bist nicht die Puppenwerkstatt. Das da oben ist doch, glaube ich, die Puppenwerkstatt, oder? Ach so. Er hat mir gesagt, da ist wieder ein Wimmelbild. Natürlich. Katzenkopf. Brecheisen. Hufeisen. Axtuhr. Lady. Schlüssel. Drei Rosen. Zwei Nägel. Feder. Zange. Knopf. Das ist schon mal der Katzenkopf. Lady. Ist du die mal... Nein, du bist nicht die Lady. Ja, tja, sein kann. Da ist die Lady. Was kann ich denn? Kann ich hier eine Schubladen aufmachen? Da oben. Da ist die Zange. Ich möchte lieber das da haben und es trinken. Wegen so viel Bullshit. Drei Rosen. Knopf. Knopf. Axt. Uhr? Nein. Uhr. Das ist eine Uhr. Ach, da nehmen wir eben die. Brecheisen. Das heißt für mich eher aus wie ein Haken, aber okay. Don't question the game. Oh, so. Da fehlt mir noch eine. Wir brauchen noch zwei Nägel. Was brauche ich da noch? Und eine Feder. Jetzt eine Tierfeder. Eine mechanische Feder. Eine Tierfeder. Es fehlt mir noch eine Hose und zwei Nägel. Von denen hatte ich bisher noch keinen gefunden. Aber ich hatte auch noch nicht direkt danach gesucht. Das sah für mich jetzt auch eher aus wie ein Haken. Aber okay. Ähm. Auf dir sind doch bestimmt Rosen drauf. Warum zählt das denn? Wie das noch eine Hose? Jetzt brauche ich noch einen Nagel. Das ist ein Nagel auf jeden Fall. Das andere ist aber wie gesagt, wer will. Ah, okay. Der Katzenkopf. Das heißt, ich muss den Hund mit der Katze ablenken. Ich würde die Katze aber viel lieber behalten, weil ich das gerade extrem awesome finde, wie die aussieht. Die ist extrem awesome. Ich will die haben. Gib die mir. Ach so, es fehlt noch. Moment, ich habe auch noch. Bolzen. Mein Rad. Öl. Was soll denn da noch fehlen? Ist ja zwei Vorderpforten, zwei Hinterpforten, ein Schwanz und ein Kopf. Was soll denn jetzt noch fehlen? Ich habe hier vielleicht noch irgendwas übersehen. Nein, das geht zusammen. Da vielleicht. Nein, ich kann auch nichts mehr kaufen. Ich kann hier auch nichts mitnehmen. Äh. Das Film und Bild ist auch nicht aktiv. Hier oben vielleicht. Nein. Oh, da ist noch ein Rätsel. Ich bin zwar detektivisch veranlagt, aber ich kann Käfer einfach nichts abgewinnen. Ich muss sie loswerden. Ach so. Da verbrauche ich das Pestizid. Genau, sprüht dahin, wo keine Käfer sind. Das hilft bestimmt. Ich werde es angehören. Der Vorderseite der Kommode ist an der Aussparung zu erkennen. Und ich kann hier nichts wieder rein. Nein, natürlich nicht. Das Film und Bild ist ja auch nicht mehr aktiv. Habe ich hier vielleicht was vergessen? Nein. Was habe ich jetzt eigentlich noch mal alles? Ich vergesse das immer so gerne. Ich habe noch eine Meise. Kann ich mit dem Meise vielleicht? Nichts in der Höhle etwas tun. Ganz ohne Hammer, aber... Nein. 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 Okay. Moment, aber wenn ich jetzt eh schon hier hinten bin, dann kann ich jetzt noch mal zwei Dinger weiter und einfach gucken. Nein, ist nichts. Okay. Okay, ähm... Wo war jetzt noch mal die Papua? Ohne Kopf. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass wir eine Puppe ohne Kopf hatten. Aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Das ist total doof jetzt gerade. Moment. Da war doch auch noch... Wir waren doch auch noch... Ich habe einen Ort total ausgelassen. Und zwar den hier oben. Da war die Puppe ohne Kopf. Ich wusste, es gab eine Puppe ohne Kopf. Gott, ist das eine hässliche Puppe. Warum kriege ich das Ding nur auf, wenn der Kopf drauf ist? Da war kein Schloss dran, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist für die Kommode. Das hat mir gelesen. Die Linse haben wir auch noch nicht. Zum Brunnen können wir auch nicht mehr hier hinten. Da können wir nur oben hoch. Dann wieder zur Kommode. Ja, sorry. Ich hatte den Raum total vergessen. Den da oben. Jetzt geht das Wimmelbild auch wieder. Wir wimmeln erst mal. Origami-Kranich, Trommelstöcke, Schildkröte, Ei, Buch, Sonne, Bügeleisenschnecke, zwei Schiffe, Bären, Kamm, Spiegel. Okay. Ah, okay. Also, das heißt dann nicht nur, dass das nur hier drin ist, sondern... Aber alles, was schwarz ist, sollte eigentlich dann hier draußen sein, oder? Was ist das Buch? Das Bügeleisen. Dann sind das Bären. In Ordnung. Von hier aus. Ein Kamm. Trommelstöcke. Da. Und ich brauche noch die Sonne. Dann können wir das ja aufmachen. Bess das nochmal auf. Dann brauche ich noch ein Ei. Eine Schildkröte. Ei. Schildkröte. Eine Schnecke. Und zwei Schiffe. Da ist schon mal eins. Da ist das andere. Das war's schon. Was kriegen wir denn? Wir kriegen den Spiegel. Der. Moment. Was mache ich denn? Wir waren ja hier noch gar nicht fertig. Wir müssen ja noch die Kommode hier aufmachen. Achso, ich dachte, der Spiegel kommt. Ja gut, der Spiegel ist aber auch keinen Sinn. Warum ist die Linse hier? Ich frage gar nicht. Warum die Linse da drin ist. Warum die Linse da drin ist.